Wurzeln, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Siedekast. Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer 90 und 90 ist ein gutes Stichwort, bevor wir in die 90er Jahre gehen, auch mit unseren Rückblicken, werde ich in dieser Folge nochmals mit dem lieben Peter das Jahr 1989 Revue passieren lassen. Das Ganze hatte ich bereits etwas früher aufgezeichnet und soll so ein bisschen aktuell das Sommerloch füllen, bevor dann Ende August dann auch Tenet in den Kino startet. Dazu werde ich sicherlich auch was aufnehmen und dann in der nächsten Folge besprechen. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit Folge 90 und bleibt gesund und wir hören uns in Kürze wieder. 1989, das letzte Jahr der 80er Jahre, dort sind wir jetzt angekommen und auch da gehen wir in die Top 20. Ich fliege nur mal kurz ein paar Filme durch, wo die überhaupt überraschenderweise so weit hin sind, auf Platz 90. Bill & Ted, was heutzutage schon fast ein Kultfilm ist, war auch überhaupt kein Erfolg in Deutschland. Nee, aber es soll eine Fortsetzung geben, ne? Hast du mitgekriegt? Ja, ja, genau. Ja, genau, genau, da kommt ja eine Fortsetzung raus. Aber wie gesagt, in Deutschland war auch Bill & Ted's verrückte Reise durch die Zeit kein Erfolg. Star Trek V auf Platz 70 war auch kein Erfolg, verständlicherweise. Ist ja auch mit der schwächste Teil. Karate Kid, Karate Tiger, die Filme liefen alle so in Plätzen 40, 50 rum. Nightmare on Elm Street 4, die weitere auch eine Fortsetzung. Dann der Vollständigkeit halber Police Academy natürlich wieder. Diesmal Teil 6. Hat schon jetzt deutlich Plätze verloren, nämlich auf Platz 36. Ja, und dann gehen wir jetzt mal, ich gucke gerade mal, ich denke, jetzt können wir ruhig auf Platz 20 gehen, weil gut, man könnte über Abyss noch sprechen auf 27, aber ja, wir können halt nicht alle besprechen. Sondern wir gehen dann mal auf Platz 20. Das müsste der hier sein, nämlich, hier steht Zwillinge, das müsste Twins sein, ne? Richtig. Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito. Ein Ivan Reitman Film. Ivan Reitman, Klammer auf, Ghostbusters, Klammer zu. Also jemand, der mit Humor sich auskennt. Eine der wenigen und vielleicht auch durchaus gelungeneren Versuche von Herrn Schwarzenegger, das Humorfach zu betreten. Aber das macht hauptsächlich die Kombination mit Danny DeVito und der Tagline auf dem Plakat. Nur ihre Mutter konnte sie auseinanderhalten. Ich habe auch lange gebraucht, um die Unterschiede zu finden. Ja, auf jeden Fall dann der Weg Richtung Comedy, was für Schwarzenegger ja dann auch Family Comedy danach immer noch mal wieder kam, mit Kindergarten Cop zum Beispiel. Und da gab es noch einen anderen Teil. Und ja, das hat sogar funktioniert. Manchmal, nicht immer, aber manchmal ging es gut. Weil es halb so groß war. Ja. Übrigens, es ist eine Fortsetzung geplant, ne? Von? Von Twins. Echt? Ich würde ihn mir angucken. Nein, ich muss ihn mir angucken. Hat noch kein Drehbuch. Dort soll ein dritter Bruder plötzlich die Bühne betreten und der soll gespielt werden durch oder von Eddie Murphy. Okay. Das ist irgendwie logisch, dass man das nur noch so steigern könnte. Exakt, exakt. Mal gucken, mal gucken, ob wir den noch mal zu Gesicht bekommen. Dann da drüber, auch da gab es erst vor kurzem ein Horror-Remake. Ich spreche hier an der Stelle von dem Horror-Remake 2019. Aber das Original, Friedhof der Kuscheltiere, ein Film von Stephen King, der das Buch geschrieben hat. Ja, auch ein Film, der mich in der Kindheit echt beängstigt hat. Ich weiß, der lief dann irgendwie spätabends im Fernsehen. Hätte ihn wahrscheinlich noch nicht gucken dürfen. Und da hatte ich echt schon Schiss. Das war schon richtig, richtig hart für ein Kind, bei Jugendlichen. Ja, ich weiß, dass ich den schon in einer Pressevorführung gesehen habe und ich war etwas weniger beeindruckt als meine Kollegen. Ich will das aber nicht dem Film unterjubeln. Ich weiß wirklich nicht mehr, woran es gelegen hat. Ich war nur, ja, so lala begeistert. Vielleicht hatte ich an dem Tag irgendwie Schlimmeres erlebt, als in diesem Film zu sehen war. Aber er ist auf jeden Fall um Längen besser als das, was man letztes Jahr unter dem Titel auf die Leinlack geschickt hat. Ja, da gebe ich dir recht. Gut, dann auf, oh, jetzt bin ich mal wieder gespannt auf dein Wissen. Platz 18 ist der Film Angeklagt. Jodie Foster? Ja, ne? Ja, richtig. Boah, Wahnsinn. Ja, komm, eine der besten Schauspielerinnen, da sollte man halbwegs wissen, was die so gemacht hat. Oh Gott, ich kriege es aber nicht mehr ganz zusammen. Aber es war wohl echt ein paar Vorstritts für die Frau schauspielerisch, die eine junge Frau, vielleicht bringe ich jetzt was durcheinander, bringe ich in Sicherheit, wenn ich daneben liege. Aber ich glaube, sie spielt eine vergewaltigte Frau, die Gerechtigkeit will und gegen jeden Rat den Prozess sucht. Und da natürlich, was leider bis heute immer wieder mal passiert, sozusagen mehr oder weniger aus dem Opfer ein Täter oder eine Täterin wird. Obwohl dieses Verbrechen, und das war in dem Film wirklich extrem hart, wie es sich anbahnt, in einer Kneipe abends ziemlich explizit gezeigt wird. Also nicht der sexuelle Akt, der ist schon schlimm genug, das, was man sieht. Aber so wie diese Frau da von mehreren, sagen wir mal, sehr ungehobelten Kerlen mental in die Enge und nachher auch räumlich in die Enge getrieben wird und man sich an ihr vergeht. Es hat, glaube ich, niemanden kalt gelassen, der das gesehen hat. Und für Jodie Foster eine ihrer ersten ganz, ganz großen Charakterrollen. Ich bin mir sogar nicht ganz sicher, ob sie nicht dafür sogar irgendeine Auszeichnung bekommen hat. Und doch, beste Hauptdarstellerin, meine ich, war ja sie gewesen in dem Jahr. Und das hat ihrer Karriere natürlich einen Riesenschub gegeben nach dem Oscar dafür. Ich glaube, ich habe ihn sogar doch gesehen, nur der Name hatte mir nichts mehr gesagt. Gerade mit dieser Gruppenvergewaltigung vor Gericht und all das. Das war übel, das war wirklich übel. Ja, lass uns, wenn uns da nichts hält, weitermachen. Sehr gerne. Danach der Film, oder auf Platz 17. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht das mal ein Film ist, der dir noch nicht mal was sagt. Der Bär, französischer Film mit dem Bär. Doch, natürlich, sagt mir was. Es ist ein Film mit einem Bären als Hauptdarsteller. Aber Arnaud, hat er ihn gemacht, meine ich? Jean-Jacques Arnaud? Oder, nee, wie heißt er? Korrekt. Jean-Jacques Arnaud? Du bist Wahnsinn. Es geht so. Ist ein Experiment gewesen, weil in diesem Film, sagen wir mal, das Dialogbuch sehr dünn war. Es wird ja nicht viel besprochen, sondern wir erleben sozusagen eine, wie soll man es sagen, künstlich inszenierte, aus dem, was man gefilmt hat, Geschichte eines Bären in den, ich glaube, Alpen, in den Voralpen, in den französischen Alpen auf jeden Fall. Irgendwas mit, ja, genau. Und, ja, dass er in die Top 20 gekommen ist, ist schon ein kleines Wunder. Nicht der Qualität wegen, sondern weil das nun wirklich extrem unzugänglich ist für einen normalen, lustigen Kinoabend. Aber toll gemacht. Und der Regisseur, ich versuche mich gerade zu erinnern, was er noch alles auf der Kette hat, ist auch kein unbeschriebenes Blatt. Ich weiß nicht, ob es The Big Deep war. Komme ich noch drauf. Aber großartig. Gut, als nächstes kommt ein Film, da kann ich wieder mitreden. Und es ist wirklich, finde ich, erschreckend, dass der nicht weiter oben steht, weil der Film hat fast genauso viel eingespielt wie Der Bär, den wir gerade hatten, oder auch Angeklagt. Heutzutage, also ich hätte ihn deutlich weiter oben eingeschätzt, nämlich, ich rede von einem Tim Burton Film, eine Comicverfilmung mit Michael Keaton in der Hauptrolle. Ich spreche natürlich von... Ja, oder? Knapp daneben. Nein. Nein. Sag an. Nein. Batman. Batman? Ja, stimmt. Michael Keaton. 89er Batman. Tim Keaton. Wie konnte ich da auf Beetlejuice kommen? Stimmt zwar auch, aber nein, eigentlich nicht. Ähm, ja, es gilt als heute immer noch, wie soll man sagen, stilprägend, ne, in Sachen Comicverfilmung. Ja, Danny Elfman Musik, mit dem Flair von Tim Burton, wie Gotham dargestellt worden ist, wie Batman. Ist der Prince Soundtrack beim ersten Teil gewesen? Oder war das bei Batman Returns? Nein, das war beim ersten Teil, das hat sich auf Jack Nicholson's Joker bezogen, immer. Ja, ja, ich weiß, dass damals auch die Presse im Vorfeld groß war. Nein, sie war sogar sehr groß. Ich glaube, dass nach dem wenig befriedigenden Einspielergebnis man zu der These gekommen ist, dass dieser Film, oder dieser Film gilt mittlerweile als Paradebeispiel dafür, dass man zu viel Publicity haben kann, zu die Leute sozusagen satt gemacht hat, bevor der Film gestartet ist. Weil in den seriösen Medien Nachhinsendungen wurde über diesen Film berichtet. Ich glaube, damals wurde auch noch nicht zeitgleich mit Amerika gestartet. Das heißt, es gab Berichterstattungen von den amerikanischen Previews, von den amerikanischen Premieren, von den Dreharbeiten. Es gab Berichte über diese sensationelle Filmmusik, über die Stars. Die Leute waren zum Filmstart satt. Und das ist einer der größten PR-Fails der 80er Jahre gewesen. Dieser Film hätte, und ich glaube, in Amerika ist er verhältnismäßig, also im Ranking, weiter oben. In Deutschland haben sie es hier, wie heißt das schöne Wort, verkackt. Weil sie zu viel gemacht haben, bevor man diesen Hunger stillen konnte, haben die Leute schon ein leichtes Würgen gehabt. Und dann ist der Appetit raus. Und wenn du dich in der Werbe-PR-Branche umhörst, ist das, wenn es um die 80er geht oder um Film geht, und eines der Paradebeispiele, das dann sozusagen bei der Nachschulung immer wieder genannt wird, macht es so nicht. Obwohl der Film, wie du selber sagst und zu Recht sagst, eigentlich großartig ist, stilbringend ist. Die Musik ist bis heute ein Kracher. Also der Soundtrack von Prince war ein Hammer. Ja. Da ist der zweite Teil, glaube ich, weiter oben gelandet. Aber das werden wir dann demnächst sehen. Da kommen wir in den 90ern noch zu. Vielleicht ein bisschen noch was zur Entstehungsgeschichte, was ich nicht wusste, bevor ich mich mit dem Film jetzt zuletzt noch mal befasst habe, ist, dass 1985 der Film schon mal produziert werden sollte. Mit Bill Murray in der Hauptrolle als Batman. Oh, das wusste ich nicht. Was aber nicht, ja genau, ich auch nicht, was nicht zustande gekommen ist. Und Warner dann noch mal 88 grünes Licht gegeben hat. Nach dem Erfolg von Beetlejuice hat es dann auch der Michael Keaton geschafft, dort die Rolle zu bekommen, nachdem ein Pierce Brosnan oder Mel Gibson eigentlich favorisiert aus dem Rennen waren. Und auch noch ganz spannend, wen man sicherlich auch als in Anführungsstrichen Verlierer benennen kann, ist Billy Dee Williams, der den Harvey Dent kurz spielt. Der taucht aber im ersten Teil nur kurz auf. Der hatte einen Exklusivvertrag mit Warner und dieser sicherte ihm eigentlich zu, dass er die Rolle des Harvey Dent dann im folgenden Batman Returns weiterspielen soll und dort halt zum Bösewicht anwachsen soll und in Batman Forever dann wirklich der Batman-Wiedersache Two-Face werden soll. Was ja dann im zweiten Teil nicht mehr relevant war. Der Vertrag wurde aufgelöst, weil Williams einfach nicht mehr so populär war. Und Christopher Walken bekam ja dann die Rolle als Max Schreck, der dann das spielte, was vielleicht sonst eigentlich Billy Dee Williams gespielt hätte. Und ja, Tommy Lee Jones wurde dann halt im dritten Teil dann Harvey Dent Two-Face. Ja, ich erinnere mich daran, dass wir uns vor dem ersten Teil gewundert haben, dass der einzige Schauspieler ohne Kinn, den wir kennen, die Rolle bekommt, in der das Einzige in der Verkleidung, was man sieht, sein markantes Batman-Kinn sein soll. Da haben wir uns damals sehr gewundert, warum man ihn nimmt. Also ungeachtet dessen, dass wir ihn als Schauspieler mochten oder Beetlejuice ganz toll fanden. Aber Batman war der Mann mit dem Kantenkinn. Und das Einzige, was man wirklich sieht, unverkleidet, aus der Verkleidung ausragen. Und der Mann ist ja nun wirklich halslos oder kindlos zumindest. Halslos stimmt nicht. Riesenerfolg, der Mann gilt als der Prototyp des modernen Batman-Darstellers, während der Mann, dessen wunderschönes Skin wie für Batman-Kostüme gemacht schien, George Clooney in seiner Rolle es, nicht er selber, aber der Film sowas von abgestürzt ist. Also das glaube ich, ja, das war ein Joe Schumacher, der unlängst verstorben ist. Der ist wirklich erst vor kurzem von uns gegangen, der Gute. Aber da fällt mir noch eine News zu ein, wenn wir gerade bei Batman und Michael Keaton sind. Es hält sich hartnäckig das Gerücht oder es wird gesagt, dass Michael Keaton seine Rolle als Batman wieder aufgreifen wird in dem The Flash-Kinofilm. Wo es wahrscheinlich um irgendwelche verschiedenen Universen geht und vielleicht kommt dann Flash auch in die 1989-Batman-Welt, wo ein älterer Michael Keaton weiterhin den Batman spielt. So könnte ich es mir erklären und vorstellen. Also ich bin sehr gespannt. Ach ja, genau. Und Michael Keaton hat angeblich auch schon für mehrere Filme dann halt unterschrieben und soll dann als alter Batman vielleicht so wie ein Mentor für Flash und Co. da sein. Also wird vielleicht ganz spannend. Mal gucken, was da noch kommt. Witzige Idee. Wobei er mir als Birdman auch sehr gut gefallen hat, weil er eben die Batman-Nummer auf eine hyperironische Art und Weise da reingebracht hat. Also ein großartiger Film. Ja, dann geht es doch jetzt zur Nummer... Weiß ich nicht. Wo sind wir? 15. 15. Sag ich doch. Und? Und zwar mein Partner mit der kalten Schnauze. Ah, K9. Nee. Der gute Jim Belushi mit seinem Hund. Ja, ja. Nachher auch als Fernsehserie, oder? K9. Ich gucke hier gerade mal. Es gab noch eine Fortsetzung. Partner mit der kalten Schnauze 2,99. Partner mit der kalten Schnauze 3, 2002. Aber ich müsste raten oder müsste nachgucken, wenn ich ehrlich bin, ob das überhaupt noch mit Belushi und Co war, weiß ich nicht. Für mich ist da auch eher der erste Teil... Maßgeblich. Weißt du eigentlich, wie viele Jahre, wenn ich Jahrzehnte es mich gekostet hat, zu kapieren, warum amerikanische Polizeihunde K9 heißen? Weißt du es? Nee, äh, warte mal. Also, nee, nee, weiß ich nicht. Nee, erzähl mal. Also, es ist kein Zufall, dass dieser Hund K9 heißt, weil K9 die allgemeine Bezeichnung in Amerika für Polizeihunde ist. Denn wenn du K9 englisch aussprichst, K9, ist es sozusagen die amerikanische Aussprache des lateinischen Wortes für Hund, Wolf, Kanine. Ah, okay, wäre ich nie drauf gekommen. Spannender Fakt. Ja, also, es hat mich etliche Jahre gekostet, um dahinter zu kommen. Nicht, dass ich gesucht hätte, aber irgendwann bin ich über diese Nummer gestolpert und dachte, ach ja, schön, dass ich das jetzt langsam auch kapiert habe. Dann ist ja ganz spannend, denn der Originaltitel ist ja auch K9 im Englischen. Und, äh, der zweite Teil heißt übrigens K911. Ja, 911 für amerikanischer Polizeinotruf. Ja, richtig, genau. Ja, da waren sie sehr kreativ. Komm, dann gucken wir der Vollständigkeit halber. Und die One-One kannst du natürlich als Strich-Strich wie zwei als Fortsetzung auch aufs Plakat drucken, ne? Ja, also, die haben schon manchmal witzige Ideen, aber ich kapiere sie auch nicht immer sofort. Ja, und der dritte heißt übrigens dann der Vollständigkeit halber K9PI. P? Okay. Hm, okay. Private Investigation wie Magnum PI, ne? Genau, genau. Aber sind alle mit James Belushi übrigens, ja. Ja, er hat, glaube ich, mehrere Häuser von diesen Gagen bauen können, weil, äh, er hatte nicht nur Filme, die viel Geld eingebracht haben. Ja. Okay, gehen wir weiter. Oliver & Co. auf Platz 14. Disney. Oliver & Co. war doch Zeichentrick, ne? Zeichentrick aus dem Hause Disney. Ich kann mich an Details nicht erinnern. Ich komme immer schnell durcheinander. Ich komme immer schnell durcheinander mit, ähm, es gab Oliver & Co. Und es gab doch noch diesen anderen Hundefilm mit, ach, Charlie. Alle Hunde kommen in den Himmel oder so. Ja, Kapp & Kapper gab's ja auch noch als Hundefilm aus Disney. Ja. Also, ich guck gerade mal. Ich krieg die auch nicht alle komplett auseinander, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber der Charlie-Film war aus dem gleichen Jahr, seh ich gerade. Das kommt natürlich auch noch dazu. Auf jeden Fall. Auch aus 89. Auf jeden Fall sehr hundelastig, ne? Ja, das auch. Und der Film mit der Charlie, Alle Hunde kommen in den Himmel, der hat mich deutlich mehr als Kind ergriffen. Ähm, ähm, mit der Himmelsfort und Hund und der tote Hund kommt zurück, um, um zu helfen. Oliver & Co. ist dann eher so eine Sache wie Oliver Twist von Charles Dickinson, ne? Hab ich aber nicht so abgespeichert, dass ich's jetzt so wiedergeben könnte, muss ich gestehen. Ja, ich hab's mehr als 20 Jahre nicht gesehen. Insofern frag mich bitte nicht nach Details. So, ähm, jetzt bekommt man ja doch langsam Durst. Deswegen auf Platz 13 gibt's was zu trinken, nämlich eine leckere Herbstmilch. Äh, Josef Vilsmeier Regie und... Respekt. Äh, Hauptdarsteller, oh Mama Mia, da komm ich jetzt nicht drauf. Ähm. Werner Stöcker? Ja. Claude Oliver Rudolph? Claude Oliver hat da mitgespielt. Unser Klotzkopf Claude Oliver. Und, äh, Bond-Bösewicht, wie er sich auch gerne nennt, nachdem er immerhin, auch in einem Bond, irgendwas mit Brosnan war's, ne? Äh, ein Widersacher spielen durfte. Ein paar kleine Szenen, aber es adelt ja doch. Ähm. Ja, ich kann da nicht viel zu sagen. Ich weiß, dass der, äh, einen großen Wiederklang gefunden hat, weil, weil es doch ein bayerischer Heimatfilm ist, ähm, der sich, der sich mit, mit, ja, Identitäten in der bayerischen Einöde so ein bisschen auseinandersetzt und mit Familienleben dort und so weiter. Aber so ganz genau weiß ich es nicht mehr im Detail. Muss auch nicht. Ich hab den, wie gesagt, ich kenn auch nur den Namen und ich weiß, dass der existiert, aber nie gesehen. Dann, äh, würde ich sagen, dann gucken wir uns doch lieber Platz 12 an. Ich denke, dass der ein bisschen spannender ist. Da kann ich auch ein bisschen mehr zu erzählen, weil das wieder ein Film ist. Den hab ich natürlich total gerne gesehen. Es kamen danach auch nochmal zwei Fortsetzungen, eine Serie und in Kürze kommt sogar noch eine Fortsetzung und wird Rick Moranis endlich wieder vor die Kamera bringen. Und ich rede über Honey, I shrunk the kids oder auch Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Gab's doch inzwischen auch, glaub ich, auf Deutsch auch, ne? Also das Thema. Aber, ähm, ja, ich erinnere mich, dass ich den, ja, ja, irgendwas mit, aber dann wieder mit, mit Schule und Kinder und Lehrer und, ähm, ich hab da auch was in Erinnerung. Ja, aber, aber das ist ja, das ist ja sozusagen die Mutter jenseits des Horrorfilms, in dem das Thema ja auch schon mal vorgekommen ist. Ist ja auch nur die Fliege, äh, also die Urverfilmung, ähm, ähm, in dem dieses Schrumpfen, nicht wie in Science-Fiction-Filmen Die Reise ins Ich, sondern mal aus der humoresken Richtung angepackt wurde. Und da ist er die Vorlage für, ne, eben, für, für, äh, für alles, was jetzt in der Richtung mit Spaß verbunden ist. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da eine Fortsetzung wieder Spaß macht. Ja, ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, seine Filmfrau, das müsste, jetzt muss ich gerade mal gucken, seine Filmfrau da ist, ist das die Matt? Nee, 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 das ist ein Mann, Moment. Naja, warum nicht? Range Salinski, äh, Diane Salinski, gespielt von Marcia Strassmann und die ist 2014 verstorben und das wollen sie wohl auch durch den Brust leiden. Das wollen sie wohl auch in den Film reinbringen, dass er jetzt halt dadurch, dass seine Frau gestorben ist, sich wieder in irgendwelche, ähm, Schrumpf und solche Geschichten reinsteigen. Und da passiert dann halt irgendwie oder was. Das ist so wohl das Grundkonzept, wie man das Ganze aufbauen will. Und ich finde halt spannend, dass da wirklich Rick Moranis wieder mitspielt. Da war ich sehr überrascht. Ich mochte ihn natürlich sehr gerne als Barney Geröllheimer in Ghostbusters und so, aber man hat ihn ja doch, unser kleiner Horrorladen natürlich, aber man hat ihn halt ewig schon nicht mehr gesehen gehabt, ne? Ja, stimmt. Ja. Gut, nach der Herbstmilch und den Kindern kriege ich schon wieder Durst. Und, äh, du Peter, wollen wir in die Bar gehen und, äh, uns einen Cocktail bestellen? Genau. Lassen wir uns den vielleicht von Tom Cruise mixen? Ähm. Ich glaube, der kann das. Ja, das war damals so die kleine Sensation, dass er da schon Distanz selber gemacht hat, äh, damals noch an der Cocktailbar. Nein, er hat wirklich mit den Flaschen da doch, äh, erinnerst du dich an die Bilder, wo er die da so showmäßig hinter dem Rücken und vor einem im Salto hergeworfen hat und wieder gefangen und dann lässig in die Gläser gluckern ließ? Äh, er hatte damals schon diesen, diesen Anspruch, solche Sachen immer selber machen zu wollen. Na klar, damals hing er eben noch nicht irgendwie ein paar hundert Meter beim Boden an einem Helikopter, aber, ähm, es hat uns damals trotzdem beeindruckt, was er da gemacht hat. Ja. Worum es ging, weiß ich nicht mehr, weil ich glaube, es war eine 0815 Liebesgeschichte, äh, von einem Typen, den alle wollen, weil er hübsch ist und in der Öffentlichkeit arbeitet, aber, ne, nicht jede kriegen kann. Ich glaube, mehr war es wirklich nicht. Ich sehe gerade das deutsche Poster, ne, und weißt du, mit welchem Spruch die da werben? Nee, sag mal. Wenn er schüttelt, werden sie gerührt. Nein, es ist nicht wahr. Aber das ist der deutsche Spruch, ne, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ich frage mich, was in den 80ern in den deutschen Filmcompanies für Leute in den Werbeabteilungen gearbeitet haben, die Filmtitel übersetzt haben oder diese Taglines sich überlegt haben. Ähm, klar, gibt es klare Vorgaben, dass du, dass du sowas auf dem Plakat machst, um den Leuten so ein bisschen Appetit zu machen und schon mal anzudeuten, um was es geht. Aber was deutet uns das an? Also gar nichts, außer, dass jemand kein Sprachgefühl hat? Ist das eine besondere Leistung, Leute? Oder wollte man uns, da wollte man Bond-Publikum in diesen Film locken? Er schüttelt und rührt was, Mann. Tom Cruise ist doch nicht vielleicht, boah, das ist bestimmt ein Agentenfilm. Oh, nein. Das macht mich echt fassungslos. Mir laufen gerade Tränen die Wangen herunter. Und nicht Verrührung. Ja. Wut! Äh, pfui! So, weitermachen. Ja, und vor allem, ich hab jetzt auch mal das, ähm, englische Poster gefunden. Ja. Da steht halt drauf, when he pours, he rains. Also wenn, wenn er, äh, wenn er rührt, äh, dann regiert er. Oder irgendwie so grob übersetzt. Also halt, aber nicht, nicht einen auf Bond machen mit, äh, mit Schütteln. Und sie sind gerührt, oh Gott, oh Gott. Ja, man hat manchmal das Gefühl, die konnten kein Englisch, die Kollegen. Aber egal. Dann. Ja, aber die wollten unbedingt so einen coolen Spruch da hinsetzen, ja. Ja, es ist nicht einfach cool zu sein. Ich weiß das. Top 10. Wir sind auf Platz 10 gelandet. Mit einem Film, ja, den kennen wir alle. Geh ich von aus. Es ist eine langlebige Serie. Diesmal mit Timothy Dalton in der Hauptrolle. Ich glaub, das reicht schon zu sagen. Ich sage, gerührt und nicht geschüttelt diesmal, aber wirklich. Ja, exakt. Könnte, müsste, äh, bei Timothy Dalton gibt's drei Filme. License to Kill wäre meine erste Wahl. Müsste ungefähr dahin passen. Ist auch die richtige Wahl. Okay. Wie fandest du Timothy Dalton so in der Reihe der bisher fünf Bond-Darsteller? Ich, ich hab wahrscheinlich eine andere Perspektive wie vermutlich du zum Beispiel. Sag sie. Weil ich ja mit, ja, erklär ich, ich bin, bin ja mit Pierce Brosnan quasi in Anführungsstrichen groß geworden, weil das war mit Goldeneye der erste Kino. Montisiert worden. Ja, genau. Es ist ja immer, womit steigt man, ist man damals eingestiegen. Ja. Und dann hat man natürlich die Filme nachgeholt, die, die älteren. Und ich mochte den Timothy Dalton sehr gerne, weil irgendwie fand ich seine Art und auch seine, und auch die Optik und das passte einfach. Ich war jetzt, ähm, nie der Riesenfan zum Beispiel, oh, das darf ich gar nicht sagen, ne, von, gut, Sean Connery. Er war natürlich der Erste, aber, ähm, vielleicht war es für mich da an der Stelle schon, schon Nummer zu alt vom, vom Ganzen, ich weiß es nicht. Also ich mochte Timothy Dalton und war über, fand, hätte ihm auch gerne noch den Golden Ei gegönnt, den sie ihm ja nicht mehr gegeben haben, sondern dann eine Neubesetzung vorgenommen haben. Mhm. Der Hauch des Todes, Manners. Also so weit ich, nee. Der Hauch des Todes war der Vorgänger. Das war sogar der Letzte mit ihm, meine ich, ne, Lizenz zum Töten. Könnte sein, könnte sein, ja, ja. Anfang der 90er war Brosnan schon am Start. Ähm. Ja, genau, 95. Also wenn ich mich recht erinnere, war Dalton, also bei mir ist es so, dass ich eigentlich in die, in die frühe, ähm, Roger Moore-Phase rein, rein, also als Kinogänger reingewachsen bin. Ah, okay. Und, und, und diese Art von eher britischem Humor, der damit verbunden war. Humor, ja. Exakt. Ähm, natürlich kannte ich auch Connery und liebe Connery als Darsteller. Für mich ist er The Man. Also mehr Mann ging in, in den 70er, 80ern, glaube ich nicht. Ähm, insofern, aber sie unterscheiden sich natürlich Gregoros. Äh, Timothy Dalton hat das Eis gebrochen für einen Darsteller wie, wie, ähm, Daniel Craig, der die Rolle mehr als, mehr realistisch als Mensch mit, mit Brüchen anlegt. Und, äh, damit hat er sich damals mit dem Produzenten es verscherzt, ähm, weil der wirklich darauf bestanden hat, dass der nach einem dreifachen Autoüberschlag und einer Explosion, äh, nicht sauber gescheitelt da sitzt und nur noch die Krawatte ein Stückchen höher rückt, sondern schon mal strubbelig aus einer, aus einer Schlägerei rauskam und das für richtig hielt. Und da gab es Reibereien, weil die Traditionalisten, zu denen eben auch die Produzenten gehören, weil die natürlich ihre Geldquelle einfach am Laufen halten wollen und deshalb nicht so risikofreudig sind, ähm, wollten ihn, sozusagen, den Bond, wie es ihn bisher gab, weiterspielen lassen. Und er war der Erste, der wirklich darauf bestanden hat, dieser Figur Realismus mitzugeben, in Kleinigkeiten. Und dadurch einfach mehr, mehr, äh, er hat die Meinung vertreten, was nachvollziehbar ist, äh, es wird spannender, wenn man es ernster nimmt. Wenn man, wenn man die alten Filme jetzt auch mit dem zeitlichen Abstand sieht, kann man die eher komödiantisch genießen oder, oder so ein bisschen auch dem Zeitkolorit sich angucken, aber ernst zu nehmen, waren die doch da nie. Die konnte man nur im Bond-Kosmos ernst nehmen. Außerhalb hätte das, äh, zum Thema Spionage, Krimi, Action, Spannung oder wilden Lebensstil doch keinen ernsten Beitrag geliefert, ähm, ne, außer bei ganz merkwürdigen Playboy-Lesern, die das alles für bare Münze genommen hätten. Und, ähm, und damit ist Timothy Dalton sozusagen der Eisbrecher für, ja, für einen Daniel Craig geworden, man hat mit Brosnan eigentlich wieder ein bisschen zurückgerudert von der Besetzung her zu dem eleganten Bond, aber es war nicht mehr der Bond, wie er noch zu Moors-Zeiten war. Ich finde auch in der Nachbetrachtung diesen, äh, Einmal-Bond, äh, ähm, Jappadappadu, du nennst mir gleich den Namen, im Auftrag ihrer Majestät, äh, George Lazenby. Lazenby, genau. Ja, äh, fand ich den gar nicht schlecht, zumal die Story eine der besten Bonds der ersten 20 Jahre ist. Und, ähm, insofern hab ich durchaus Sympathien, ich komme jetzt endlich zum Punkt, für, für Timothy Dalton. Er hat, er hat der Serie Frische verliehen. Und ich hab eigentlich jedes Bond oder jede Bond-Darsteller Ära oder deren Ende immer ein bisschen, ein bisschen bedauert, weil, ne, man hängt ja auch an dem, was man, was man lieb gewonnen hat. Und, äh, ich find's aber auch richtig, wenn man's erneuert, erfrischt und hätte auch bei der Diskussion um die neuen Bond-Besetzungen durchaus experimentelle Wege akzeptiert. Ne, ob man jetzt einen farbigen Darsteller wie Iris Elber oder eine Frau ins Gespräch bringt, ich denke, das ist mir eine PR-Nummer, weil immer, wenn's vakant ist, wer macht den Nächsten, muss man mit ganz großen Trommeln rühren, um das Thema wieder an die Öffentlichkeit zu bringen. Ich denke, sie werden nicht halb so experimentierfreudig sein, wie sie's könnten, aber ich danke Timothy Dalton, bin immer noch begeistert, was er uns da geliefert hat und, ähm, es gibt keinen Grund, diese Filme nicht zu mögen. Und, äh, Lizenz zum Töten war, ja, ein Film, der, der Spaß gemacht hat, ne? Ja, absolut. Gut, gehen wir einen weiter. Äh, lass mich in meine schlaue Liste gucken, da sind wir wieder, genau. Ähm, ja, der nächste Platz bin ich gespannt. Ich hab ihn einmal gesehen, aber, ähm, ist ordentlich hundertprozentig. Meins, ähm, Harry and Sally. When Harry meet Sally. When Harry meet Sally, äh, originalte, äh, mit der bekannten Orgasmus-Szene. Die Szene kennt jeder, wirklich. Genau. Ich kann mich nicht erinnern, zu welcher Gelegenheit ich mit Rob Reiner, dem Regisseur, gesprochen habe. Irgendein späterer Film, ich müsste nachgucken, ich weiß es wirklich im Augenblick nicht, aber wir haben uns natürlich auch über diesen Film unterhalten. und wir haben uns auch, ich glaube mittlerweile ist es auch bekannt geworden, äh, über diese Szene unterhalten, weil er erzählte mir nämlich, dass die Frau in dieser Szene, die am Nachbartisch sitzt, die diese Szene beendet mit der Bestellung beim Opa, ich bekomme dasselbe, seine Mutter war. Ach, hör auf, okay. Das ist Rob Reiner's Mama, die da sitzt und diesen Spruch ablässt. Und, ähm, ja, ähm, natürlich, ähm, für Billy Crystal Karriereschub bis wer weiß wohin, wobei ich ihn nie so wirklich als Romantik-Lied gesehen habe, ich fand ihn als Oscar-Präsentator viel witziger, ähm, Mac Ryan, äh, für mich ein trauriges Beispiel dafür, wie dieses Business, hübsche, kleine Frauen, wenn sie älter, erwachsen und reifer werden, kaputt macht, indem die sich bereit erklären, so verunstalten zu lassen. Die Frau hat ja nun wirklich ein paar böse, zwar, sagen wir mal, medizinisch gesehen gelungene Operationen, aber, aber wenn du sie anguckst und denkst, warum sieht die immer noch aus, als wenn die noch keinen Führerschein haben darf und das mit, ich weiß nicht, wie alt sie inzwischen ist, es ist doch eher traurig, oder? Ja, Baujahr 61 ist die Frau. Ein super, ja, aber ansonsten möchte man sagen, ähm, ähm, so darf man in dem Alter nicht aussehen. Das ist nicht richtig. Und wenn man ein bisschen näher rangeht, merkt man auch, dass das nicht gewachsen ist. Ja, ich verbinde sie gerade auch mit Tom Hanks Filmen. Ja, natürlich. Er hat doch Tom Hanks Filme. Schlaflos. Wunderschöne Filme, beides übrigens nach einem Buch von Nora Ephron, deren Bücher ständig verfilmt werden, wenn man mal wieder Pärchen ins Kino locken will. Pärchen, die, äh, von ihren Frauen, also, ne, bei denen die Frauen sagen, wo es ins Kino geht, in welchen Filmen. Ähm, Harry, ne, meet Sally oder Schlaflos in Seattle oder E-Mail für dich und diverse Sachen mit, äh, Zac Efron in den letzten Jahren auch. Die Frau hat jede Menge Vorlagen geliefert für eben dieses Genre. So. Gut. Wo sind wir, du? Wollen wir weitermachen? Moment, wir sind bei, ich muss wieder gucken, damit ich nicht in eine Zeile verrutsche. Das war Platz 8. Ne, jetzt kommt Platz 8 so rum. Das war Platz 9, jetzt kommt Platz 8. Das ist wieder ein Film, den habe ich definitiv gesehen. Fand den auch, das ist wieder ein Kinderfilm, das ist ein Film, mit dem ich groß geworden bin, auch nur 70 Minuten, diese klassische Länge für Kinderfilme. Es geht natürlich um die wunderbaren Dinosaurier und zwar, weißt du es? Weil du gerade es ausholst. Ja, Jurassic Park wird es nicht sein, sondern in einem Land vor unserer Zeit. Bingo, genau, in einem Land vor unserer Zeit. Ich glaube, da war die Erfolgsformel produziert von Amblin, sprich Spielberg, Regie, Dom Bluth, der, glaube ich, bei Disney groß geworden ist. Und eben das Thema Dinos in den Jahren, also wenn du damit nicht Kinder ins Kino kriegst, dann landest du nie auf Platz 1. Nein, das ist natürlich ein super Rezept gewesen. Das blieb, wie gesagt, nachher in der Erwachsenen-Version mit Jurassic Park. Danach oder davor? Danach, ne? Jurassic Park war danach, eigentlich. Nachher in den 90er. Ja, ich habe manchmal so kleine Aussetzer. Wir sind ja im Jahr 89. Ich habe ihn auch gesehen, ja. Nur im Gegensatz zu dir war ich da schon älter. Ich habe ihn auch gemocht, aber ich habe deutlich gemerkt, das richtige Publikum ist etwas jünger als ich. Was nicht heißen soll, dass er nicht gut war. Er war wirklich schön, er war anrührend, weil es ja auch ein bisschen um Leben und Tod geht. Sind ja auf der Flucht sozusagen, die Dinos, die Dino-Familie, die Herde. Ja, da waren echt ein paar traurige Szenen. Da erinnere ich mich bis heute dran. Tod der Mutter. Genau, und das war für, gerade wenn, ich habe es als Kind natürlich gesehen mit sieben, acht, mit acht Jahren schätze ich jetzt ungefähr. Ja, das bleibt dann schon hängen. Natürlich. Das nimmt Kinder und nicht nur Kinder ganz schön mit. Genau. So, gehen wir ein weiter und jetzt können wir wieder ein bisschen mehr lachen. Jetzt sind wir nämlich bei Herrn Zucker. Ah, Zucker, Zucker, Abrams, ZAZ, ein legendäres Produzententrio. Ja, nämlich mit Leslie Nielsen, Priscilla Presley und natürlich O.J. Simpson. Wir sind bei der nackten Kanone. The Naked Gun. Auch eigentlich, was ich im Nachhinein erst realisiert habe, weil ich glaube, es lief nicht im deutschen Fernsehen, die Fortsetzung einer Fernsehserie. Die kam erst danach. Oder kam die danach? Also nee, die kam vorher, aber ich glaube, im deutschen Fernsehen gefühlt kam die nicht davor. Nee, die eben. Die kannten wir in Deutschland ja gar nicht. Wir sind ja sozusagen ins kalte Wasser gestoßen worden. Ich habe es, ich habe es hier. Ja. Kleine Info. 82 lief diese Serie in den USA. Ja. Und jetzt halte ich fest, das wäre heutzutage undenkbar. 94 wurde sie zum ersten Mal dann überhaupt im deutschen Fernsehen auf ProSieben ausgestrahlt. 12 Jahre danach. Unglaublich. Ja, die war ja auch bestimmt albern. Da kann man doch überhaupt nicht machen, sowas. Die ist auch nur verkauft worden, weil die Kinofilme ein Riesenkracher waren. Und glaub mir, du könntest heute einen von den Nackte Kanone filmen, die auch, glaube ich, clevererweise der zweite zweieinhalb, der dritte 33, ein Drittel heißt, einlegen oder einschalten. Und ich würde mich vom Anfang bis zum Ende schäckig lachen. Ich kann über den Humor immer noch ablachen, bis wer weiß noch hin. Leslie Nielsen ist einfach, danach konnte man ihn übrigens nicht mehr neutral sehen. Egal, was er davor gespielt hat. Es gibt ja Filme, in denen er relativ normale Rollen hatte. Aber du guckst ihn an und du kannst ihn nicht mehr ernst nehmen. Aber es war die Rolle seines Lebens. Genau, es gab noch zwei erfolgreiche Fortsetzungen mit zweieinhalb und 33, ein Drittel. Vielleicht auch hier in dem Film noch Ricardo Montalban, der Khan-Darsteller oder aus Fantasy Island bekannte Darsteller, hat mitgespielt. Und da schließt sich der Kreis. Wir haben ja auch über Wyatt L. Jankowitsch gesprochen. Er hatte dort eine kurze Gastrolle, wo er sich selber gespielt hat. Frank Drabun war der Name, glaube ich, von Leslie Nielsen. Ist mir auch in Erinnerung geblieben. Es gibt so Sachen, die brennen sich irgendwie in die unterste Ebene des internen Festspeichers ein. Ich glaube, es gibt Dinge, die werde ich nie vergessen. Wie gesagt, meinen Namen, da bin ich mir nicht immer ganz sicher. Aber Frank Drabun, klar. Und wenn wir an O.G. Simpson denken, damals noch ein unbescholtenes Blatt. War durchaus witzig, ne? Detective Nordberg. Und ich habe immer gedacht, wie ich dann auch hörte, dass der da in Haft und wegen Mord und all diese Geschichten, wie die alle hochkamen, dachte ich mir, das kann doch gar nicht sein. Das ist doch so ein lustiger Kerl. Ja eben, lustige Kerle bringen doch keinen um. In den nackten Kanonen Filmen, ja genau. Ich war da echt irritiert, aber da sieht man, wie gut man doch schauspielern kann und dass man nicht die Rolle mit der wahren Person vermischen darf. Sollte man besser nicht, das stimmt. Daher, die nackte Kanone, auch auf jeden Fall Kult. Ich finde, der Humor funktioniert sogar immer noch, weil oft immer so viel bei ihm auch im Hintergrund passiert. Er parkt irgendwie und ein Unfall passiert. Das funktioniert immer noch gefühlt. Es ist zeitlos. Das ist die große Kunst. Das ist Humor, der keinerlei zeitlichen Bezug braucht, der also keiner Mode unterliegt, der wirklich aufs Urmenschlichste zurückgeht. Das musst du können. Und du wirst den Film natürlich immer ansehen, anhand irgendwelcher Ausstattungsmerkmale oder weil du weißt, welche Schauspieler das sind und wie alt die sein müssten da oder waren. Aber von der Mechanik des Humors, nee. Das ist so zeitlos, wie es nur zeitlos sein kann. Es wird immer funktionieren. So simpel es manchmal ist, aber jeder, der Humor auf irgendeine Art und Weise erstellt, ob er es schreibt, spielt oder jemandem irgendwie beibringen soll, was auch immer, dem ist klar, mit welcher Präzision und welchem guten Timing hier gearbeitet wird. Weil Timing ist beim Humor das A und O. Du kannst die besten Gags und lustigsten Szenen verderben, wenn sie nicht richtig von ihrem Ablauf sind, von ihren Geschwindigkeitsstufen her. Und hier ist es zu Perfektion gebracht und das natürlich über Humor streiten kann. Und wer weiß, wie die Leute jetzt zu Hause, pardon, die Kopfschülle ist auch völlig normal, weil Humor ist Geschmackssache. Ja, das stimmt. Und beim Humorthema könnten wir eigentlich auch dann weitergehen. Auf Platz 6 kommt ein Film einer Reihe raus, wo ich sagen würde, das war jetzt nicht der stärkste der Reihe, sondern für mich fast gefühlt damals sogar mit der schwächste der Reihe. In den Hauptrollen, ich sag mal der deutschen Version, Jürgen von der Lippe, Günter Strack, Wolfgang Völz und in der kölsche Fassung, Kalle Pohl, Reinhard Brock, Gerd Köster. Ja, es gibt eine kölsche Fassung von dem Film. Ich spreche... Hm? Von welchem Film? Ich bin ratlos. Jürgen von Asterix, Asterix, Operation Hinkelstein, also das sind natürlich die Stimmen. Jürgen von der Lippe als Asterix, Günter Strack als Obelix. Tolle Leute. Wirklich. Ich hab den, glaube ich, damals aus irgendwelchen Ahnungen heraus nicht gesehen. Ich bin ein großer Asterix-Fan. Ich habe meine ganze Kindheit Asterix-Bände verschlungen. Ich glaube, ich konnte sie sogar mal auswendig, inklusive der Darstellung einzelner Bilder. Ähm, aber bei den, bei den Comic-Verfilmungen waren es die ersten, äh, Gallia und Cleopatra, glaube ich, die ich ganz amüsant fand, aber auch irgendwann... Ja, die waren super. Ja, aber danach, was danach kam, ich hab irgendwie das Gefühl gehabt, es hat mich innerhalb von einer Minute verlassen, das Gefühl, das ich dazu brauche. Also der, der ist ja mir vorbeigezogen. Ich war ja überrascht. Ich war ja überrascht, wie alt die sind, ne? Also Asterix der Gallia von 67, Asterix und Cleopatra von 68, Asterix erobert Rom, den ich auch noch sehr gut fand, Asterix erobert Rom von 76. Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, welcher war denn mit diesen... Ja, genau, das war sogar der... Asterix erobert Rom ist fast mein Lieblings, das mit dem Passierschein A38 und das Bögenhaus und all das. Ein World Trade-Rate. Ja, Asterix sieg über Cäsar 85, Asterix bei den Briten 86, also die würde ich auch alle so sagen, die waren alle, die haben mir alle richtig gut gefallen. Dann Operation Hinkelstein fand ich halt ein bisschen, naja, nicht so toll, da war halt die Prämisse, dass der Miraculix einen Stein, einen Hinkelstein auf den Kopf bekommen hat und seitdem Gaga war und den Zaubertrank nicht mehr herstellen konnte. und danach kam halt in Amerika, der war auch, naja, 94, Asterix und die Wikinger 2006. Ähm, kann ich mich jetzt gar nicht mehr genau erinnern, war aber auch, glaube ich, nicht der Hit. Was ich dann wieder gut fand, waren die letzten zwei, die animierten Filme, Asterix im Land der Götter und das Geheimste Zaubertranks. Das sind wieder Filme, die kann man sich echt gut angucken, aber wie gesagt, die darf... Die, die gerade Operation Hinkelstein war für mich so gefühlt einer der schwächsten von 89. Ja, hat mich auch nicht, wie gesagt, es hat mich nicht mal gereizt, ihn mir anzusehen. Ja. Schade, aber... Ja. Das ist dann halt so, ne? Gut. Guti, gehen wir ein weiter. Wir sind bei Platz sechs, hab ich gesagt, ne? Genau. Und jetzt kommt, ja, das ist wieder so ein Film, den hätte man genauso oft Platz eins sehen können gefühlt, ich kann aber mal eben was überhaupt zu den Zahlen sagen, der hat jetzt, also der Film, der jetzt kommt, oder sagen wir es ja, Asterix hatte 2,6 Millionen, Otto, der Außerfriesische, jetzt auf Platz fünf, hat 3,5 und schon mal als gleich kleines Foreshadding, diesmal hat der Platz eins fast doppelt so viel, nämlich 6 Millionen. Und auch der Platz zwei hat gerade mal 3,7 Millionen. Also da werden wir gleich ein großes Gap zwischen Platz eins und den Plätzen 2, 3, 4, 5 bemerken. Okay, dann sind wir jetzt bei Otto, ne? Beim Außerfriesischen. Ja, Otto-Filme, das war wie Otto immer war, man hat immer ein Jahr gewartet, bis was kam, ne? Damals die Otto-Shows im Fernsehen oder die Platte dazu oder, ja, das waren immer so lange Zyklen, bis Otto wieder was rausgebracht hat, dann hat er irgendwann mal die Frequenz gesteigert, aber ich glaube, zu der Zeit war das wirklich noch so, dass das so ein Jahr bis anderthalb immer dauerte, bis mal wieder was kam und eigentlich auch nicht enttäuscht hat, oder? Ne, also für mich war das auch einer, ein bisschen vermischen die sich natürlich, aber Otto, der Außerfriesische, war halt die Geschichte, wo er dann alleine, er ist ja im Leuchtturm und dann kommen da diese Immobilienhaie, weil die das Land von ihm haben wollen und klopfen an die Tür und sagen halt, wir sind die neuen Nachbarsleute, darum gibt es was zu kaufen heute, wollte er sagen, äh, saufen natürlich, wie kaufen? Nein, saufen. Da sind so viele Sachen und wie er dann in Miami ist und Graf Steffi, also Steffi Graf, der auf dem Tennisplatz trifft und, und, und. Und das hat schon sehr viele coole Momente und, äh, hat mir sehr gut gefallen, ähm, damals Teil, äh, dieser Teil von, von den Otto-Filmen, ja. Ja, also mehr kann man da auch kaum zu sagen. Wer Otto mag, mochte den auch, wer Otto nicht mag, mochte auch den Film nicht, ne? Vico von, Vico von Bülow spielt auch mit, ne, als eine kleine Rolle, als Paul Winkelmann, ähm, ja, das ist schon schön, schön dann zu sehen, sowas. Mhm. Gut, ähm, dann gehen wir einen Schritt weiter, denn nach Otto kommt auf Platz vier. Ditt, 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 ditt. Oh, na gut. Ähm, ich hab keine Ahnung. Ich glaube, der beliebteste und erfolgreichste Teil der Reihe. Kann ich mir gut vorstellen, dass es der beliebteste war, ich fand ihn auch sensationell. Natürlich ist immer der erste Teil das, was einem das Herz für irgendwas öffnet, aber der hat nochmal einen draufgelegt, hatte ich das Gefühl, weil, ja, wir lernen ihn als Kind kennen und wir lernen vor allem seinen Papa kennen. Und das waren die Jahre, in denen ein gewisser Sean Connery in dutzenden Filmen Vaterrollen übernahm. In The Rock zum Beispiel oder als König Löwenherz in Robin Hood und hier eben als Vater von Indiana Jones. Mein Gott, war das geil. Ne? Also es... Und übrigens, weißt du eigentlich, ähm, wenn die sich so spielen, also auch vom Alter her, so wie sie wirklich sind, wie alt Sean Connery war, wie er Vater geworden ist? Äh, nee. Also, ne, wenn er dann quasi Harrison Ford als Kind gekriegt hätte, also Indiana Jones. Wie viel Jahre älter er sozusagen ist, oder? Ja, genau, genau. Ne, kann ich dir aber aus dem Stand nicht beantworten. Zwölf Jahre. Ja, der ist halt potent. Sean Connery... Sean Connery, Baujahr 30 und Harrison Ford, Baujahr 42. Und? Er war halt eine junge Mutter. Ist auch nicht schlimm. Ja. Nein, es funktioniert ja trotzdem, ne? Aber es ist schon skurril. Aber er liegt daran, dass Harrison Ford immer das Bübchen im Spiel mit drin hat. Und er kann es halt auch, er hat das Glück von der Physis her, immer noch so etwas Jugendhaftes, dieses Han Solo-mäßige drin zu haben. Er wird immer für jünger gehalten, als er ist. Der Mann ist in den 70ern. Wenn du dir aktuelle Bilder von Sean Connery anguckst, der ja nun jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr aktiv ist, siehst du einen sehr, sehr alten Mann. Und da war er sozusagen in der Blüte seiner Reifenphase und einen besseren... Wen hätte man daneben sollen? Es gibt niemanden, der diesen Part besser als Haudegen, als Vater des berühmtesten Filmabenteurers irgendwie verkörpern könnte. Stell dir vor, man hätte das Ganze so rausgezögert und dann irgendwann sagt Harrison Ford, Dad, die Kamera schwenkt rum und da steht, was weiß ich, Bruce Willis oder so. Mit dem Bart, damit er alt aussieht oder so. Nein, es hätte alles nicht funktioniert, wenn man nicht so einen Charakter gehabt hätte. Ja, und ich finde halt auch, es ist so ein bisschen back to basics. Ich finde, der zweite fällt immer so ein bisschen dabei raus, weil er wirkt gar nicht so wie Teil 1 und Teil 3. War vielleicht damals Absicht, aber ich finde halt gerade auch jetzt, dass auch die Bundeslade wieder so kurz angespielt wird und so dieses Thema, auch dass die Nazis wieder auftauchen, was im zweiten Teil ja nicht der Hauptböse oder nicht der Bösewicht war. Auch dass John Rhys-Davis wieder mitspielt, der auch im ersten Teil bekannt war. Das schafft dann wieder eine schöne Atmosphäre und dann das Zusammenspiel zwischen Ford und Connery ist natürlich super. Und vielleicht auch da noch mal, ich fand es ganz toll, den Rückblick erst am Anfang ins Jahr 1912, wo ein junger, leider viel zu früh verstorbene River Phoenix den jungen Indie gespielt hat. Und wir erfahren, woher er seine Narbe hat. Ja, richtig, durch die Peitsche. Seinen ersten Peitschenschlag. Also einfach ein wunderschöner Film, der einen großen Bogen spannt, über viele Kontinente geht, super Kulissen bietet, hervorragende Rollen. Eine unglaubliche Dramatik, als der Vater zum Schluss stirbt, aber noch nicht ganz am Schluss ist. Und die großen Mythen, die wieder eine Rolle spielen in diesem Film. Also er hat alles, was das Phänomen Indiana Jones ausmacht. Und man merkt ihn an, dass Teil 2 zwar gut lief und auch mit der Fahrt unter Tage durch diesen Lohren natürlich ein absolutes Film-Highlight geboten haben, aber ganz viel Kritik sich eingeheimst hat, weil der Film vieles vernachlässigt hat, was man bei Indiana Jones sehen wollte. Und außerdem wirft man ihm vor, und das aus der heutigen Sicht, nicht zu Unrecht, dass er natürlich rassistisch ist. So wie er diese indische Bevölkerung als extrem abergläubisch und brutal veranlagt und Affenhirne essend und pipapo darstellt, als wirklich so Primaten im Grunde genommen. Ich habe das nie so eng gesehen, weil das ist ein Film oder wenn man sowas als Film oder als Buch, als ein Kunstwerk sieht, dann müssen da Freiheiten rein. Aber ich kann auch verstehen, dass man sich daran stößt und sagt, sowas hat auch Auswirkungen im Bewusstsein real existierender Zuschauer. Aber Indiana Jones Aber das war halt Tensel of Doom, ne? Ja, ja. Und Kreuzzug hat alle Fehler beseitigt und noch richtig was draufgepackt, inklusive Autogramme von Arnof Hitler im Buch von Indiana Jones. Oh, super. Da sind so viele Highlights drin. Das ist ein, ein, ja. Ja, man hat ein bisschen Angst davor, was in dem angekündigten nächsten Teil kommen kann. oder ob man nach einer kleinen Talfahrt wieder ein Highlight zustande bringt. Lassen wir uns überraschen. Ja, und vor allem lassen wir uns erstmal überraschen, ob es wirklich zustande kommt, ne? Mal schauen. Man ist festen Willens, ne? Es kann natürlich immer sein, dass einem Harrison Ford irgendwie in ein oder zwei Jahren es nicht mehr leicht fällt, alles, was man da erwartet, zu liefern. Ja, auch das. Gut, gehen wir aufs Treppchen, äh, schon wieder, aufs Treppchen, nicht Trepfchen, Treppchen. Und zwar, ähm, ich hole da auch nochmal kurz aus, ähm, 1985 kam der erste Teil raus. Du weißt, das ist einer, oder es ist der, ja, es ist mein Lieblingsfilm. Das weiß ich. Es sind drei Teile im Grunde. Es wurde niemals remaked, es wurde nicht wieder angefasst. Und hier sind wir jetzt beim zweiten Teil. Es ist... Back to the Future, Part 2. Oder? Korrekt. Zurück in die Zukunft 2, Korrektur. Genau. Mit, äh, wieder an Bord, Robert Zemeckis und die ganze Crew. Natürlich Michael J. Fox, Christopher Lloyd, alle, die auch im ersten Teil zu sehen waren. Außer, jetzt muss man ja, ich glaub, ich hab's dir beim letzten Mal ja schon gesagt, der Vater nicht, ähm, der wollte zu viel Geld und man hat ihn dann quasi fast komplett aus dem Drehbuch rausgestrichen und die Szene, wo er dann doch relevant war, hat man ihn einfach, äh, kopfüber gehangen, sodass man nicht sofort erkannt hat, dass das ein anderer Schauspieler ist. Das ist, ähm... Da musst du mir zu helfen wissen. Von Marty McFly, der Vater. Genau. George McFly. Ja, Zurück in die Zukunft 2. Ich glaube, da könnte ich jetzt eine Stunde mit dir drüber sprechen. und, äh, und, äh, über die, über das Paradoxon sprechen mit der Zeitreise, dass man was, wenn man in die, wenn man in der Zukunft was mitnimmt in die Vergangenheit, dort was verändert, dass sich dann quasi eine alternative Zeitlinie bildet und, 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 ne, auch was Doc da auf der Tafel erklärt. Ich fand halt den, den zweiten Teil, weil er ein deutlich höheres Tempo hatte, weil er die lustige Zukunft, äh, dargestellt hat. Ich sag jetzt mal lustig, weil, ja, sie war natürlich schon ein bisschen, ähm, ein bisschen over the top, aber einige Sachen gibt's ja wirklich heutzutage und wir sind ja mittlerweile schon drüber hinweg über diese potenzielle Zukunft, weil da ging's ja um 2015, da sind wir schon lange drüber hinweg. Zukunftsfilme, die in den Jahren 2015 spielen, das hab ich gerne. Ja, gut, hier, ne, 2001, ne? Ja, eben. Die Zukunft war gestern. So. Also, weiterhin, ich bin mal gespannt, ich hab ein bisschen Angst, wenn ich irgendwann mal mit, wenn sie so 10, 11, 12 sind, und, äh, wenn ich meinen Jungs diese Filme zeige, wie sie drauf reagieren, ich bin sehr gespannt. Einfach, ob das heute passiert ist, ich behaupte, ja, aber. Das ist doch einfach. Man muss da durchgreifen und sagen, so, das ist die Stelle, an der müsst ihr lachen, ich hör nichts, lachen. Und jetzt erschreckt euch, bin ich mal kurz. Es ist einfach, ja, klar ist er ein bisschen gealtert, aber ich glaube, die, die Atmosphäre, die packende Handlung, die Charaktere, die sind ja immer noch so grundsympathisch und machen Spaß, von daher sollte es funktionieren. Der eigentliche Plot ist so weit von einer Wirklichkeit entfernt, dass sie unabhängig davon, wann man sie ansetzt, funktioniert. Oder wann man sie sich ansieht, auch funktioniert. Weil du siehst ja nie wirklich eine Jetzt-Realität. Das Einzige, was da natürlich auffällt, das ist der Zukunftstrip ins Jahr 2015. Aber wenn du den anders synchronisierst und sagst, so, wir fahren in die Zukunft ins Jahr 2030, wird keiner es merken und immer auch sagen, ah, so sieht es also in zehn Jahren aus. Also im Prinzip ist es auf so einer Meta-Ebene von vornherein angesetzt, dass jeder Timeshift real innerhalb dieses Kosmos bleibt. Ja, und du, viele Sachen haben die ja sogar recht richtig erkannt, ne, mit Bildtelefone, Flachbildschirme. Was sie nicht so auf dem Schirm hatten, war wohl, dass der Erfolg oder das Internet, was dann kam, das wird im Film halt nicht erwähnt. Stattdessen hat dort, vielleicht erinnerst du dich an die Szene mit Sie sind gefeuert, was irgendwie gefühlt aus allen möglichen Ecken per Fax kam. Also die dachten wohl, jeder hat später in jedem Raum ein Faxgerät, um irgendwas zu kommunizieren. Das kommt doch, das kommt doch, Jan, warte. Ja, nee, nee, nee. In kurzer Zeit das Fax wird kommen. Okay, dann kommen da Steintag raus, was weiß ich. Nein, aber klar, nicht, dass man sich ernsthaft bemüht hat, eine Zukunftsvision zu bauen, die möglichst so eins zu eins eintreffen soll. Man hat auch im Rahmen des Films viele Gedanken nach vorne gemacht, die schlau waren, weil sie die Realität nachher bestätigt haben. Aber ich glaube, der Anspruch zu sagen, wir bilden jetzt die Zukunft ab und sind mal gespannt, aber das muss ja genauso kommen, wie wir uns das überlegt haben. Genau, und fast genauso oder nur ein Ticken erfolgreicher auf Platz zwei. Bleiben wir im Comedy-Bereich, gehen aber mehr Richtung englische Comedy. Ah, ja. Ähm, John, ja, John Cleese, Jamie Lee Curtis, ich glaube, das reicht schon, ne, Kevin Klein. Kevin Klein, mhm. Ja, das kann doch nur ein Tierfilm sein, nämlich ein Fisch namens Wander. Kevin Klein, Oscar-Gewinner für seine Nebenrolle als Fritz, Fritz war es, ne? Als, äh, hat er noch ein Deutsch? Otto. Otto, wie komme ich auf Fritz? Es war was Deutsches. Otto. Otto? Okay. Das ist ein Otto-Film von du gerade. Vielleicht habe ich mir den, ja, eben. ähm, John Cleese, ja, Monty Python, Mitglied ehemaliges oder danach ja wieder mal für einige Einzelauftritte, aber John Cleese ist für mich ja einer der, der witzigsten Menschen überhaupt. Auch ihn habe ich schon mal interviewen dürfen und mein Gott, war das schön und, äh, hat mir viele, viele schöne Sachen erzählt. ähm, hier schließen sich, wie gesagt, wieder einige Bögen, denn, äh, Bond, ne, er hat ja auch in der, in der Pierce Brosnan-Ära die Nachfolge von Q angetreten. Leider ist er jetzt in der aktuellen Serie nicht dabei. Ich hätte es mir gewünscht, aber ich glaube, es war ihnen zu viel Humor, die diese Rolle mit sich brachte, so wie er sie darstellte. Schade. Ja. Schade, weil, äh, und die wollten, man hat ja jetzt einen recht jungen Nerd, ne, also, Nerd als, als Q, ja. Ja, okay, ist auch in Ordnung, ist deren Entscheidung. Die werden schon wissen, was sie da tun. Haben sie dich nicht gefragt? Frechheit. Ja, wie gesagt, Ein Fisch namens Wander, ein Film, der, ich sag mal, mindestens einmal im Jahr gesehen werden muss von mir und sich komischerweise überhaupt nicht abnutzt. Im Gegenteil. Ich liebe es einfach, an einigen Stellen einfach mitzusprechen und, äh, und tue so, als wenn ich überrascht wäre, wie es nachher endet. rr-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r- anderem die Geschichte erzählt, dass sie damals weit davor von einem gewissen Alfred Biolek fürs deutsche Fernsehen adaptiert werden sollten, also ihr Flying Circus. Das sollte auf Deutsch nochmal neu produziert werden. Sind auch ein oder zwei Folgen, die sehr erfolglos waren und sofort im Giftschrank gelandet sind. Aber er hat extra noch für Deutsch gelernt. Und er sagte mir, ich kann immer noch einige Sätze auf Deutsch sagen, sagt er auf Englisch, zum Beispiel, sagte er auf Englisch, ich kann mit einer Teelöffel Fledermäuse töten. I don't know what it means. Ein wahnsinnig witziger Humor und trockener Typ und sehr liebenswert im Gespräch und Umgang. Es hat viel Spaß gemacht. Und ja, ich bin mal gespannt, ob oder was wir noch von ihm hören, denn seine letzte Böden-Tour hieß ja glaube ich auch schon das letzte Mal, dass sie mich lebendig sehen können. Was immer er damit meinte. Okay, cool. Ja, jetzt kommen wir dann, wie ich gerade schon sagte, ein großer Cut zu Platz 1. Der Platz 1, wie gesagt, wir waren jetzt bei 3,7 Millionen Besuchern und Platz 1 hat wirklich 6 Millionen Besucher. Also wirklich deutlich mehr. Und da bin ich wieder auch sehr überrascht. Vielleicht war das damals so, kannst du mir vielleicht wieder mehr zu erzählen. Ich verbinde den Film vor allem dadurch, dass mein Lieblings-Filmkomponist Hans Zimmer, wo ich hoffentlich nächstes Jahr live hinkern, wenn es denn stattfindet, weiterhin seinen Durchbruch hatte. Nämlich mit einem Film. Oder weißt du es schon? Kannst du dir schon denken, wer da auf Platz 1 ist? Ich hab so ne Ahnung, ja. Aber sprich ruhig mal weiter. Regie? Okay. Barry Levinson? Ja, du hast es. Ja. Du hast es schon. Ein Filmdrama. Erzähl mal, warum? Also, ich find den Film gut, alles schön, aber wie kann das sein, dass der so viel erfolgreich als all das, was wir gerade besprochen haben, war 1988, 1989? Sagen wir mal so, zu der Zeit war ein gewisser Tom Cruise ein Kassenmagnet. Da sind wir wieder. Da ist er wieder. Da sind wir wieder beim Cocktailmagnet. Der, der den Bruder von Dustin Hoffman, der beim anspruchsvollen Kinopublikum oder etwas älteren Kinopublikum als das Zielpublikum von Tom Cruise, also ergänzend das Publikum im Alter nach oben öffnet, zu der Zeit einer der angesagtesten, anspruchsvollen Hollywood-Darsteller war. mit einem Thema Autismus oder lass es mich so sagen, wenn du dich heute mit irgendjemandem so auf einer Party oder irgendwo am Tisch unterhältst und das Thema Autismus kommt auf, wird irgendwann der Begriff Rain Man fallen. Und so viel Wirkung hat der Film einfach, dass der über diese Zeit hinweg immer noch symbolisch für eine Aufklärung zu einem Thema und auch das Bild von Autisten, viele Leute, die autistisch veranlagt sind, müssen dir auch erklären, es ist nicht wie bei Rain Man. Es kann so sein, aber es gibt so viele Arten von Autismus. Ich kenne mich mit dem Thema ein bisschen aus, aber es ist immer noch so prägend, dass man da sein Bild herbezogen hat. Dieser Film hat also Wirklichkeitsbezug hergestellt. Viele kannten diese Krankheit in Anführungsstrichen nicht und haben dadurch Kontakt bekommen. Das Ganze ist durch die Kombination zwischen diesem flotten Lebemann, Tom Cruise, und dem an Raymond Erkrankten und sich ein bisschen ungeschickt bewegenden Autisten, Dustin Hoffman, das Ganze auch sehr abysant präsentiert bekommen. Es waren ja wirklich witzige Szenen in dem Film, bei einem ernsten Thema, das neu für viele war, das viele interessiert hat. Und es hat gesellschaftliche Wahrnehmung geprägt. Wenn du heute, wie gesagt, über das Thema redest oder ansatzlos in eine Runde dich reinstellst und sagst, Rain Man, da sagt jemand, was, reden wir gerade über Autismus? Also das ist, du weißt, was ich meine. Das ist immer noch so da. Und das hat dieser Film geschafft. Der Film hat ja eine mega Welle im Vorfeld, da ist auch aus diesen Gründen, ich erinnere mich wirklich daran, dass normale Fernsehmagazine sich damit beschäftigt haben, dass es Diskussionsrunden gab. Als der Film angelaufen ist, ist das Thema Autismus plötzlich in der Öffentlichkeit gewesen. Bis dato war das etwas, das keine Präsenz hatte, obwohl es das gab. Und der oder die Autistin, es ist eigentlich ein unglaublich weites Feld, wie sich das darstellt. Es ist nicht immer sichtbar und es ist nicht immer mit einer Hyperhochbegabung in mathematischen Dingen verbunden oder irgendeiner anderen künstlerischen Superfähigkeit. Manchmal ist es auch völlig nutzloses Zeug. Manchmal ist es nur das Verhalten, das so ist, eine nach innen gekehrte Abgeschottetheit mit einer Oberfläche, die sich nichts anmerken lässt. Tausend Varianten gibt es dazu. Aber plötzlich ist es in der Welt. Und das in einem Hollywood-Film, für den es Oscars gibt. Der Film ist der beste Film des Jahres nach den Oscars gewesen. Dustin Hoffman, bester Hauptdarsteller dieses Jahres. Ja, das ist auch noch abgesahnt, ohne Ende. Insofern, kann man nur sagen, Ich vermute, dass der Film so ein typischer Fall ist. Zu der Zeit war das so, dass er in den USA einen Ticken vor Deutschland lief. Ja, er lief im Dezember 88 schon und dann natürlich die Propaganda und der Erfolg und die Oscar-Nominierungen mit nach Deutschland rübergeschwappt sind. Und wenn er dann im Jahr drauf bei uns läuft, dass das auch nochmal einen Bass gibt, dass die Leute dann da reingehen. Und scheinbar war das ein Mitteilerfolg. Plus, was du gerade sagst, das macht für mich jetzt auch mittlerweile Sinn, wenn du sagst, ja, Dustin Hoffman ist sehr beliebt bei einer bestimmten Gruppe von Zuschauern und Tom Cruise auch. Vor allem kommen dann noch jüngere Leute mit rein, dass das in der Summe dann so einen Bass und so einen Erfolg erzeugt. Und das, ja. Und selbst, selbst, was normalerweise für die Verkaufszahlen eines Films eher eine untergeordnete Rolle spielt, weil es sind ja nicht alle so wie wir, irgendwelche Cineasten, sondern die Leute aus Unterhaltung ins Kino, hat der Name des Regisseurs einen Ruf gehabt. Kurz vorher hat er einen meiner Lieblings-Homes-Varianten, das Geheimnis des vorbeborgenen Tempels, gemacht. Good Morning Vietnam ist von ihm, ein Film, der zwei Jahre vorher oder ein oder zwei Jahre vorher einen Riesenerfolg und eine Riesenbekanntheit erreicht hat. Und dass so ein Mann dann auch so einem Film Rückenwind gibt, weil man weiß, ah, da kommt ein Film von einem bekannten Regisseur, der, ah, der Film war klasse, das war schön und so weiter. Dann ist diese Kombination eben unglaublich clever gewesen. Ein Tom Cruise, der vorher nur Cocktails gemixt hat oder in irgendwelchen märchenhaften Fliegerfilmen, ein unschlagbares Fliegerass war. Ich glaube, das ist ein Stück seines Masterplans gewesen. Werde populär, werde zum Kassenmagneten, nutze deinen Einfluss, um an bessere Rollen zu kommen. Und das war die erste Rolle mit Anspruch, in Anführungsstrichen in einem Film mit Anspruch, wo er den anspruchslosen Part, hat, nämlich den leichtlebigen Bruder, der beiden spielt. Die wachsen ja zusammen im Laufe des Films. Am Anfang will er ihn ja nur gebrauchen, weil er nimmt ihn ja mit, um, glaube ich, an ein Erbe zu kommen oder was es da nochmal war. Und eigentlich will er ihn wirklich nur mit sich nehmen, weil er für sich rein egoistisch dabei haben will. Und während dieser Reise sich zum unglaublich komplizierten Unternehmen, weil er will ja nicht mitfliegen und dies und das wird, was einfach in schönen, witzigen Szenen ausgebreitet wird und er seine Fähigkeiten kennenlernt, dann will er die nutzen im Casino. Also auch wieder so eine Ego-Nummer. Aber irgendwann im Laufe des Films wachsen sie als Brüder wieder zusammen. Und das ist eben der Sentimental-Teil daran. Und das ist natürlich auch eine wirklich befriedigende Story, die viele, die rauskamen, weiterempfohlen haben. Filme leben ja auch davon, nicht nur, weil es auf Plakaten steht, sondern dass dir jemand sagt, hör mal, den musst du dir angucken. Der war toll, der hat Spaß gemacht. Ja, aber so ein Thema, nee, das ist witzig. Und das ist eben das Prinzip, das hier wirklich gut durchdacht und niemals offensichtlich war. Also offensichtlich, sondern den Film gestört oder eingeschränkt hat. Und das ist eben eine Kombination aus gutem Marketing mit gutem Filmemachen. Hat funktioniert. Und wenn du siehst, dass der, was sagtest du, knapp das Doppelte von Platz zwei, der ja nun kein Scheiß ist, sondern ein erfolgreicher Film, dann kann man sagen, da ist ein Knoten aufgegangen, oder? Ja. Respekt. Ja, Wahnsinn. Also deswegen, deswegen war ich überrascht, deswegen fand ich das schön, dass du das mal so aus deiner Perspektive erläutern konntest, wieso die damals alle da reingerannt sind. Das ist, lieber Jan, der Unterschied, da wo ich dank deines doch etwas jüngeren Alters immer Tränen in den Augen habe, weil du noch ein bisschen frischer bist. Sie sind das die Jahre, genau in dem Bereich, wo wir uns unterschieden haben, dass ich äußerlich halbwegs erwachsen war und sowas aktiv miterlebt habe und du vielleicht dein Interesse am Film sowas ein bisschen im Nachgang immer erst erarbeitest. Ja, das wird sich aber bald ändern. Ja, in den nächsten Jahren, die wir die ein oder anderen auch nochmal gemeinsam besprechen, merken, dass wir plötzlich auf einer völlig gleichen Blickrichtung als erwachsene Kinogänger, als Filmfreaks plötzlich auf Filme gucken. Hier haben wir den Effekt, du erzählst dir was über Zeichitrickfilme mit Dinosauriern und ich erzähle dir, was ich in der Tagesschau über Rain Man gesehen habe, so ungefähr. Exakt, weil ich solche Filme erst dann wirklich deutlich später erst sehen konnte oder gesehen habe. Ist aber, korrekt. That's the way. So ist die Welt. So it is, yes. Und wenn ich irgendwann nur noch Filme über Altersheime angucke, dann wirst du sagen, haha, ich brauche Action. Ja, genau. Alles ist in Bewegung. Gut, du, dann machen wir für heute hier und fürs Jahr oder für die 80er Jahre hier an der Stelle ein Cut, ein Schnitt. Wir haben es geschafft. Wir haben einmal die 80er Jahre wirklich uns mal die Kinocharts zusammen angeschaut und ja, dann gehen wir demnächst mal in die 90er rein und führen diese Rubrik, denke ich, gerne weiter, wenn du Lust hast. Ich bin, wenn du mich brauchst, ich bin da. Ansonsten wünsche ich allen, die uns zugehört haben, dass wir ihnen nicht zu sehr auf die Nerven gegangen sind, sondern das eine oder andere Interessante erzählen konnten und freuen uns auch über Feedback, glaube ich. Du freust dich doch, wenn jemand uns und dir schreibt, was er dazu beizutragen hat. Vielleicht haben wir auch Quatsch erzählt. Ja, natürlich. Es kann auch sein, dass jemand eine komplett andere Meinung zu irgendeinem Thema hat. Damit kann ich schon sehr lange leben, weil es hängt nicht davon ab, Recht zu haben, sondern überhaupt eine Meinung zu haben, finde ich. Und die habe ich, die hast du und unsere Zuhörer sowieso. An der Stelle, ich verabschiede mich schon mal. Das letzte Wort ist natürlich für dich. Ich sage, danke fürs Zuhören. Auf bald. Peter Dickenmeier sagt Tschüss. Ja, vielen Dank dir, Peter. Und liebe Hörer, wir hören uns dann vielleicht fast schon nach dem Sommer wieder. Ich wünsche euch erstmal jetzt die nächste Sommerzeit, eine schöne Zeit hoffentlich, dann auch wieder im Kino. Schreibt mir gerne auch, wenn ihr im Kino wieder wart, was war der erste Film nach Corona, der erste Film, wo ihr euch wieder ins Kino gesetzt habt. Das sammle ich dann gerne mal und werde vielleicht in der nächsten Folge dann das mal analysieren, wo ihr denn so reingegangen seid während der Sommerzeit, jetzt ohne dann hoffentlich Corona. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und wir hören uns. Bis dann. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.